Und über die Unterstützung für die Ukraine kann ich nun sprechen mit Henning Otte von der Union. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Guten Abend, Herr Otte. Guten Abend, Herr Fittger. Ja, Herr Otte, vielleicht zunächst zu dieser doch vielleicht etwas kuriosen Situation rund um die Lieferung von Leo II-Kampfpanzern. Wie bewerten Sie das? Also lange hat sich der Kanzler ja geweigert und dann hat er zugestimmt. Da heißt es schon, er würde eine Kampfpanzerkoalition schmieden. Und jetzt kommen die Zusagen so schleppend. Wie bewerten Sie das? Der Deutsche Bundestag hat im Sommer letzten Jahres einen Beschluss gefasst, schwere Waffen liefern zu wollen. Und die Bundesregierung hat dies verschleppt. Jetzt hat Bundeskanzler Scholz endlich eine Entscheidung getroffen. Sie ist aber sehr spät und viel Zeit ist ins Land gegangen. Und wir stellen fest, dass diese Entscheidung nicht vorbereitet war. Denn es gibt kein zusammenhängendes Konzept, beispielsweise für Munition oder Instandsetzung. Ja, daran will jetzt der Verteidigungsminister Boris Pistorius schnell offenbar etwas ändern. Denn er hat heute in Brüssel mitgeteilt, dass nun also Munition bei der deutschen Industrie für den Gepard-Flagpanzer bestellt worden ist. Es heißt, es ginge um 300.000 Schuss Munition zunächst. Wie beurteilen Sie diese Bestellung? Ich begrüße, dass der Bundesminister Pistorius dies so klar zum Ausdruck bringt. Aber er muss jetzt auch Entscheidungen treffen. Aus dem 100 Milliarden Sonderprogramm ist bisher nichts abgeflossen für Munition. Und er muss sich vor allem am Kabinettstisch auch durchsetzen. Denn die Bundeswehr braucht auch insgesamt mehr Geld aus dem laufenden Haushalt. Ja, und die Bundeswehr, aber vor allem die Ukraine braucht ja jetzt Munition. Das scheint ja ein riesiges Problem zu sein. Nun scheint es ja so zu sein, als wenn Herr Pistorius da doch schneller Flöcke einschlägt. Was ist aus Ihrer Sicht, Herr Otte, unter dem Stichwort Munition noch notwendig? Ich meine, man scheut sich ja in Deutschland den Begriff Kriegswirtschaft zu verwenden. Aber ist es nicht genau das, was jetzt hierzulande auch nötig ist? Die Ukraine braucht mehr Munition, aber auch die Bundeswehr braucht mehr Munition. Und hierfür müssen Bestellungen in Auftrag gegeben werden. Die Industrie muss die Kapazität erhöhen. Aber dazu bedarf es auch beispielsweise eines Rahmenvertrages oder einer Garantie, dass diese Industrie dann auch Planungssicherheit hat. Also zwei Dinge sind erforderlich. Die Bundeswehr muss insgesamt mehr Geld bekommen und Bundesminister Pistorius muss jetzt klare Entscheidungen treffen. Denn es hängt am Ende auch davon ab, was die Ukraine bekommen kann. Ja, unterdessen wird ja auch heute in Brüssel über dieses Thema Kampfflugzeuge gesprochen. Der ukrainische Verteidigungsminister hat das sehr deutlich gesagt. Und er hatte sogar ein Taschentuch mit dabei, auf dem man also Kampfflugzeuge eingezeichnet sehen konnte. Das hat ja der internationalen Presse live präsentiert. Wie sieht es mit dieser Diskussion aus? Wird die sich in den nächsten Wochen und Monaten nicht sehr stark fokussieren auf das Thema Kampfflugzeuge? Wichtig ist, dass die Ukraine Sicherheit hat über das, was geliefert wird. Und meines Erachtens diskutieren wir in Deutschland zu viel über einzelne Waffensysteme. Wir müssen mehr über Fähigkeiten sprechen. Und die wiederum sind abhängig davon, was sind die militärischen Ziele in der Ukraine. Und jetzt geht es darum, Luftabwehr zu ertüchtigen für die Ukraine. Das heißt, Raketenabwehr zu betreiben. Und zweitens Kampfpanzer und Schützenpanzer zu liefern, damit besetzte Gebiete frei gekämpft werden können und damit ein möglicherweise direkt bevorstehender neuer Angriff der Russen abgewehrt werden kann. Ja, der scheint ja möglicherweise schon zu laufen. Jedenfalls sagen das Militärbeobachter über die Kämpfe, die vor allem rund um Bachmut laufen. Herr Otte, das ist ja eine unglaublich brutale Kriegsführung, die da zu sehen ist. Die Russen scheinen ja Konzepte aus dem Zweiten Weltkrieg umzusetzen. Wie lange wird das sich die Weltgemeinschaft noch anschauen müssen? Oder anders gefragt, wie lange kann die Ukraine das noch durchhalten? Ja, die Ukraine kämpft tapfer und sehr mutig. Sie verteidigen das eigene Land, aber auch die Friedensordnung in Europa. Und deswegen brauchen sie die gesamte Solidarität und die gesamte Unterstützung. Es ist nicht getan mit einzelnen Kampfpanzern, sondern wir brauchen ein geschlossenes Unterstützungskonzept, das Ausbildung beinhaltet, das Instandsetzung beinhaltet. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass hier in Deutschland klare Entscheidungen getroffen werden, dass keine Zeit verspielt wird. Und hier ist die Bundesregierung aufgefordert, ein klares Statement für Frieden und Freiheit, auch durch Handlungen zum Ausdruck zu bringen. Sagt Henning Otte, der verteidigungspolitische Experte der Union. Ich sage vielen Dank für diese Erläuterung und danke für Ihre Zeit.